Herr Fußt, heute ist der IFO-Index fünf Punkte raufgegangen. Ist die Krise jetzt etwa schon wieder zu Ende? Nein, die Krise ist noch nicht zu Ende. Wir haben bei der Lagebeurteilung der Unternehmen sogar eine gewisse Verschlechterung, aber die Erwartungen sind positiver geworden. Die Erwartungen waren vor vier Wochen wirklich sehr pessimistisch. Insofern hat sich das jetzt etwas verbessert, aber überwunden ist die Krise noch nicht. Was bedeutet das dann insgesamt für das zweite Quartal? Ja, im zweiten Quartal werden wir sehen, dass das Wachstum sehr stark negativ sein wird. Da ist ja der April drin, in dem fast alles zu war. Jetzt kommen die ersten Lockerungen. Das erklärt auch, warum viele Unternehmen sagen, es wird etwas besser. Und wir müssen sehen, wie die sich jetzt auf die Wirtschaftsaktivität auswirken. Aber es ist klar, die Wirtschaft bleibt über längere Zeit beeinträchtigt und wir sind aus dieser Krise noch nicht heraus. Wie lange rechnen Sie ungefähr, dass es dauert? Sehr schwer absehbar. Viel wird davon abhängen, ob im Herbst eine zweite Welle der Infektion kommt. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich annehmen, dass wir eine gewisse Zeit noch auf niedrigerem Niveau bleiben und dann vielleicht zu Beginn des nächsten Jahres aus dem Tal rauskommen. Vielen Dank. Dankeschön.